Ich kann keinen Meter bauen in dem Spiel. Ja, aber jetzt sind es auch noch zwei. Schleim, fliegende Fische? Die Dinge heißen fliegende Fische. Das Spiel ist verrückt. Schleim mit Regenfirmen oder was? Ja. Das ist so geil. Ich baue noch Serfen bei der Früh. Komm her Junge. Toll, Regenschirm kann man auch aufheben. Ne, doch nicht. Das ist mehr Asphalt. Jawohl. Umbrella Slime. Die zwei Zaubies machen da Party. Da war's noch. Ich feiere eine Orgie, Lasse. Was ist das, Matze? What? Das, was du da gerade gesagt hast. Ach so. Nix, nix. Das war... Das war nichts. Eine Orgie. Oh! Was ist mit Ohren zu tun? Ja. Okay. Das ist aber nichts Gutes. Okay. Tut das weh hier? Ja. Kann. Kann. Wir tun. Hat man an Ohren Schmerzen? Ne, da ist dann woanders Schmerzen. Je nachdem. Ich hab voll Schmaragd gefunden. Yay! Wir haben ein kleines Haustier. Nein, es ist tot. Oh, Matze. Ich hab ein Eichhörnchen gefasst. Das ist ein Eichhörnchen geblütet. Ja, Mann. Ich schäme mich dafür. Ich schäme mich dafür. Ja, das stimmt. Aber ich schäme mich auch dafür. Wo schäme ich eigentlich die Tür? Wo? Ja, hier halt, ne? Keine Ahnung. Was weißt du genau? Ne. Ah. Aber jetzt weiß ich auch für was die... Für was die Schneebälle waren. Ja, die... Was hat denn ne Eismaschine da? Ja. Ah, ich kann jetzt mal versuchen das komische Zeug was wir da unten im Keller haben. Abzubauen mit der Eisenspitzhacke. Okay. Okay. Ja, mach mal. Guck mal was funktioniert. Guck mal was funktioniert. Guck mal kurz den Schlein. Okay. Mein Silberspitzhacke. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hey, geht nicht. Kein Komplash nix. Ne. Kein Komplash nix abbauen. Kein Komplash nix abbauen. Es geht bei dem Zombie. Tote Wikinger. Hey. Tote Wikinger. Du hast voll den lustigen Kopf. Äh, Hut, meine ich. Warte. Jetzt hat mich fast getortet. Ist der krass? Ja. Ja. So. Wir haben jetzt auch einen Campfeuer in unserer Bude. Einen Campfeuer? Ja, einen Campfeuer haben wir auch drin. Okay. Ich brauche hier unten auch mal ein Campfeuer. Einfach weil ich es auch. Okay. YOLO. Mhm. Ja. War zu dir schon klar, dass wir hier nie wieder ausfinden werden. Ja, du, ich bin schon oben. Aber das zählt nicht. Ach so, okay. Du musst erst wieder runter. Okay, dann komme ich gleich wieder. Also wir können, ähm, einen Greifhaken aus drei Eisenketten und einen Haken machen. Was? Ja, so ein Weich. Ja, so ein Weich. So. Wo wir dann zuhause schmeißen. Ja, genau. Okay. Kann man das nicht aus, auch aus Edelstein machen? Ähm, doch. Kann man auch. Da gibt's verschiedene. Gehen die aus Edelstein? Warte. Und wo muss man da sein? Ja. Hier ist Morat. Diamant. Äh. Diamant haben wir hier. 15 Diamante. 15 Stück. Okay. Mal gucken, Diamant, wo kriegt man das? Gar nicht. Unter... Ja. Nee, Untergrund. Untergrund. Wir sind ja eigentlich die ganze Zeit im Untergrund gewesen. Wenn das... Hör mir auch. Bring' ich schon. Rekomer Slime. Ich geb' dir. Boah, bös. Autsch. Boah, boah. 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 Ich geb' dir auch mal früher mich nicht rein. Ich geb' dir auch mal früher mich nicht rein. Schwieg' ich hier fehl'n oder was? Boah. 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 Oh man kann ja auch Hämmer herstellen Hammer Ja man Ich glaube ich chill mal hier kurz am Fire und dann komm ich mal hoch Ja mach das Und dann gucke ich einfach mal was wir da so machen können 15 Amethysten hätte ich für so einen Arm Wenn es damit geht Ok Warte Du brauchst dafür einen Topaz Ähm 15 Topaz Geht es nicht mit Amethyst Hä Geht es nicht mit Amethyst Achso warte Ach stimmt Toll Ich drück das drauf Ne da kommt Topaz Ich denk mal 15 Topaz brauchst Amethyst Ja Ja genau Scheinig doch Ja passt Okay Nicht okay Boah Du Ja Du Dummes Dich Ja Ja Das kann man denn alles aufbauen Boah Toll Neiin Ist ich stoben? Ne noch nicht Achja Aber Also Ok Ok Stimmt War Laser Laser Lenzau um er ist ab nun und einigermaßen gehen das kommt nur Ja Schon, kommt schon, Schneeball Das ist ein Kartuschwert Das ist ein Schwert Ne? Ja, was für ein Schwert Ach so, Kartuschwert Ach so